Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal und heute machen wir mal wieder eine Challenge und ja, ist auf jeden Fall eine sehr nice Challenge, weil heute sind ja auch die neuen Marvel Skins reingekommen. Ich will dann auch holen, weil aber zuerst sage ich euch wie die Challenge funktioniert und zwar haben wir beide alle unsere Marvel Spitzhacken auf Favorisierung gemacht und dann werden wir gleich auf Zufall gehen. Eine von diesen Piggyxen wird dann eben ausgewählt, die wir favorisiert haben und die Farbe der Piggyx bestimmt dann eben welche Waffen seltener Stufe wir wählen dürfen. Zum Beispiel diese hier, grün. Die wäre hier auch grün. Das wäre grau. Also ja, mal schauen was wir dann auf Favorisierung bekommen. Auf jeden Fall, wir haben heute neue Skins bekommen. Video gibt es anscheinend noch keine. Auf jeden Fall sind es zwei nice Skins. Tut ein bisschen weh, 2600 V-Bucks rauszuballern. Weil... Genau, weil es weh tut. Aber komm. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das Ganze spielen lässt. Das Ganze wird mal... Ausgerüstet und eingefordert. Also sind zwei richtig, richtig coole Skins. Vor allem die weibliche Variante ist richtig, richtig cool. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine Kombi und gehe auf Favorisierung und ihr seht dann, welche Piggyx ich in der Runde habe. Let's go! So, wir sind jetzt hier wieder in der Runde. Und ich habe gerade eine graue Spitze gesetzt. Ich darf nur graue Waffen nehmen. Ich habe mir noch keinen Kill gemacht, das ist egal. Okay, du hast recht, dass da mehr Bots sind. Die Munition geht so. Eine Pump brauche ich. Vielleicht an dir irgendwas Nope Oh nein, es ist ja kein Bound, stimmt ja Ja, es ist egal Nein Warte kurz, ich muss mir kurz So Ja, sorry Ich muss abhauen Könnt mich so in die Luft springen, gell Schnell Vicky Also Waren sie heute Ohne, habe ich ja schon Will ich irgendwas mitnehmen? Nee, eigentlich nicht Eigentlich Nein, geht nicht, sorry Ich brauche zwei SMGs Ich habe eh keine Pump Da brauche ich mindestens zwei SMGs dann Kann ich dich holen? Ja, perfekt Das ist ja ein Kumpel, Leute Ja, ich mache es einfach Scheiß drauf Stimmt, ja Von Deadpool damals Aber ist 10.000 Mal zurückgekommen Deadpool ist aber selten Zum Glück Ich kann eh nicht bauen Ich hoffe, da wartet Niemand hinten auf mich So Ich weiß nicht, ob Ducken was bringt So Du bist revived Du darfst eh noch grüne Waffen nehmen Es ist eh leicht eigentlich Aber grüne Waffen Keine Ahnung Bot rekrutieren dürfen wir ja Also mache ich das Weil der Bot hat sogar den einen gekillt Hast du es vorgesehen? Komm rein, Mann Ah, fuck Nein, kein Zone Damage Scheiße Egal, die Zone ist eh gleich da Out ist eh komplett unnötig Hm, ja, ja, safe Aber hast du nicht diesen Boost Diesen Heal Boost? Eben Dachte ich es mir doch Ich habe mir gerade auch Ähm Unnötig 5 HP gehealt Wo ich dieses Heal Fahndungslevel habe Zwei Duos noch Wir müssen halt aufpassen Weil es eben Nullbound ist Na, mach nicht Dann wissen alle, wo wir sind Sehr gut Das entspannt mich jetzt richtig Copy Was, wenn du meinst Nope Aber meiner Boah, die Aber geh bitte jetzt nicht pushen, okay Wir müssen jetzt defensiv spielen Also wir müssen nicht Aber Wenn wir Win holen wollen Dann wäre es vielleicht schlauer Defensiv zu spielen Wenn man halt Nicht bauen kann Und wir noch dazu Graue Waffen haben Keine Ahnung Oh nein Da macht jemand KMH Nicht gut Ja Ja Lass 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 Drum gehen Wir müssen ja Sonst zumufen Ob wir jetzt Moven Oder dann Ist auch egal Obst Ich habe unabsichtlich Sein Bot Angeschossen Nicht ihn Ja, okay Bot ist tot Aber der Gegner Gegner ist noch nicht tot Gegner ist noch nicht tot Gegner ist noch nicht tot Er scheint alleine zu sein Oder doch nicht Zwei Okay Aber ich habe irgendwie das Gefühl Dass am Ende dann noch zwei rauskommen Irgendwo Ja, ja, eh Die gerne eine halbe Stunde später joinen Also sorry, aber ich weiß nicht Achtung Ich habe was gehört Ah, das war Was macht der Alter Bei den Bots habe ich Aim Ja Im Late Game beginne ich immer zum Zittern Zittern nicht Aber es gibt noch welche Wow, die waren es Äh, man kann Man hat ja gerne Metz Lost die Na, die haben halt Heavys Das ist nicht gut Wir müssen Mit Chin Auch gerade Beide Ganz woanders Aber die chillen auch so nah Sie sind beide low Sie sind beide low, bro Nein Sie sind beide low Eh nicht Versuch alles Oh mein Gott Gott, Digga Wie knapp das gerade war Aber wir haben es noch geschafft Oh, tschüss Nice Dann würde ich sagen Äh, wir machen nur eine zweite Runde Ich würde sagen Wir landen Warte, welche Pickings habe ich überhaupt Ah, ich habe eine grüne Grüne Spitzhocke Das heißt, wir können einfach wieder irgendwo landen Ist egal Slappy oder Oder da Oder wieder da Tschüss Die Animation von dem Kleid ist einfach nur geil Digga, was ist das Eine der besten Kleider, die es je gab Würde ich sagen Gönnt euch das mal Wie schön das aufgeht Aber nicht zu oft machen Weil sonst hat man dann keinen Bock mehr auf den Kleider Na, iss du bei mir Äh, lass zu diesem Häuschen da weitergehen Jaja, der geht so schön auf Ups Ja Mach das Ich lasse die Shockwaves drinnen Aber warte auf mich Wir können ja zusammenfahren, oder? Heh, Rocket League Musik fühle ich Oh, schade Ich finde die gut Doch Ich mag die Doch Oh, vielleicht kommt irgendwas anderes auch noch raus Oh Heavy Sniper Das tut weh, die liegen zu lassen Ja Ja, das hoffe ich Weil sonst wird es ja wieder in Chapter 3 Also wenn sich die Map in Season 2 nicht verändert Dann ist es eigentlich wie in Chapter 3 Aber Chapter 4 Wird allein immer schon besser sein als Chapter 3 Weil einfach die Map besser ist Ich finde einfach die Map besser Die Grafik besser Die Waffen sind viel besser Auch Die ganzen Waffen Die Fortnite reingebracht hat Sind auch viel besser Ja, ja Also allein deswegen wird Chapter 4 schon allein besser sein als Chapter 3 Aber Ja, wenn Wenn Fortnite Season 2 nichts macht Dann wird es wieder schlecht sein wahrscheinlich Was? Hab ihn Wichtig Und nur mit grauen und grünen Waffen vor allem Oha Heftig Aber lebt sein Mate noch oder hast du beide? Ah Nein Oh shit Nein Ich bin so schlecht Sorry Nein Er finished Was? Komm Dustin Der ist Der ist nicht gut Der ist wirklich nicht gut Ich würde sagen Das war's mit dem Video Wir haben zwei nice Runden gemacht Wenn es euch gefallen hat Lasst dir mal gerne ein Like und ein Abo da So muss ja nicht jede Runde perfekt laufen Haut rein Euer Regencher Ciao Ciao Ich bin je Schau Ich bin je Ich bin je Ich bin je Ich bin je